Fragst du dich nicht manchmal? Was wäre wenn? Was wäre wenn? Hey, es ist biologisch belegt, dass Frauen schwächer sind. Ich ohne Rahmen, ohne Vorlage, ganz formlos, nur zu mir geworden wäre. Nur zu mir. Und es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich tu. Was wäre wenn? Ich nie gelernt hätte zu sein und auch dir niemals ein gläserner Rahmen umgestülpt worden wäre. Übergestülpt. Der Kasten, der dich so einzwängt, einengt und irgendwann ganz schleichend dann zu dir wird. Weil der Kasten so drückt. Ich kann auch stark sein, ohne voll mit mir zufrieden zu sein. Und sonst wärst du so nackt? Also doch lieber ganz fest im Glas verpackt? Ich bin umgeben von einer angenehmen Wärme und das Nass auf meiner Haut gibt mir ein wohliges Gefühl. Was wäre wenn? Wir nie gelernt hätten, einander so zu sehen, uns so zu berühren und auf die Art zu spüren. In ganz klare Linien, die ich sogar so malen könnte. Aber trotzdem läuft hier alles zusammen. Wär nichts an uns schön und nichts hässlich wär. Wir fluoreszierende Körper sind und binär gibt es nicht mehr. Was wäre wenn? Jetzt stell dir mal vor. Ja du mal vor. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020